Los! Stackel! 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 Stopp! 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 Du hast den Anzug! Was? Hey! Yo, Freunde! Was geht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, ich war gerade hier ein bisschen spazieren. Ihr wisst ja, ich bin der OG Skins Boss und so. Und das Ding ist, ich habe hier meinen kleinen No-Skin alleine da gelassen. Er ist hier neu in meinem Clan und so. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst auf Embro Basis ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verfassen. Und lasst uns mal auf dieses Video mal die 2000 Likes voll machen. Auf Embro Basis wegen. Lasst jetzt alle einen Like da. Ich küss eure Herzen. Ich bin gerade hier am rumspazieren. Und ähm, ja. Digga. Warte, warte, warte. Freunde, schaut noch, was da gerade passiert. Wo ist der Anführer? Ich weiß nicht. Wo ist der Anführer? Komm, wir bringen dich in unser Lager. Komm. Komm. Mach ich frei. Ah. Nix nicht. Ah. Wo ist der? Wo ist der Anführer, hä? Oh mein Gott, Freunde. Das Ding ist die Entführung. Das ist mein No-Skin. Er hat mich gerade einfach entführt. Ich werde dir jetzt mal den ganzen Tag verfolgen, was sie mit ihm machen. Weil das Ding ist, das ist voll gefährlich, was sie machen. Ich habe dir diesen No-Skin aufgenommen bei mir. Ich habe ihm geholfen. Ich habe ihn richtig krass abgezogen. Also ihr bist schon aufgezogen, meine ich. Und wir verfolgen ihn jetzt mal. Es ist voll krass. Schaut mal, was da gerade passiert. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich gerade da reingreifen soll. Ich weiß echt nicht, ob ich eingreifen soll. Das ist viel zu gefährlich gerade. Ich verfolge dir jetzt einfach mal, was die gerade noch machen. Ähm. Die gehen gerade auf die Straße. Was macht ihr jetzt? So ein ehrenloser Digga. Das ist viel zu krass, was gerade da abgeht. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll. Ich verstecke mich gerade. Wir machen gerade irgendwelche Sachen. Das ist zu krass. Also, Freunde. Ich meine, ich könnte jetzt irgendwie eingreifen und versuchen, da irgendwie was zu machen. Aber ich alleine komme da niemals gegen die zwei an. Ich muss jetzt die ganze Zeit schauen, was da passiert wird. Und irgendwann mal safe der richtige Zeitpunkt, wo einer von denen pissen geht oder so. Dann kann ich dann direkt eingreifen. Aber jetzt werde ich die auf jeden Fall verfolgen, Freunde. Hier sind die. Ich muss jetzt mal gucken, wo die ihn hinbringen. Ja, solche ehrenlose, Freunde. Ich sage euch ehrlich, das hat niemals meinen Low Skin verdient, Digga. Ich habe ihn aufgezogen wie mein Sohn. Wie mein eigener Sohn, Digga. Und jetzt muss er sich auf der Straße hinsetzen, Digga. Was ist das? Was machen die mit ihm, Mann? Digga, so ehrenlos. Was ist das, Mann? Hä? Steh, Alter! Junge, Junge, Junge. Ich bin verrückt, Alter. Der Arme tut mir voll leid. Ich muss irgendwie Kontakt mit ihm aufnehmen. Die Leute müssen langsam wissen, dass ich das jetzt hier bin. Und dass ich das geschafft habe, Freunde. Schaut mal, was die mit ihm machen. Wenn jetzt einfach da rein, müssen wir alles auf Kamera festhalten. Das, was hier gerade passiert, ist nicht normal. Das ist auf keinen Fall normal. Das ist nicht normal, Freunde. Schaut mal, was die mit ihm machen. Digga, was ist das, Mann? Der Arme, Digga. Tut mir so leid. Ich schwöre es euch. Er war einfach der Beste. Ich habe ihn so krass gefeiert. Mann, lass meinen... Wo ist der Anführer? Wo ist der? Sag, du weißt es genau. Wo ist der Anführer? Du bleibst jetzt, okay? Ja. Bleibst jetzt. Scheiße. Er weiß nicht, wo der Anführer ist. Du müsst nicht fehlen. Du bist ja, was sagt. Vollständig, vollständig. Komm, komm, komm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Erst einfach essen. Leute, das Ding ist, die sagen einfach, wo ist der Anführer? Und ich bin der Anführer. Deswegen, ich muss mich jetzt hier hinter den Bäumen verstecken, damit die mich nicht sehen. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Platz. Die werden mich hier safe nicht sehen. Los! Sag mal Anführer! Sag mal Anführer! Sag mal Anführer! Diese zwei OG-Skins sind so ehrenlos, Alter. Der rechte ist sogar mein Bruder, Mann. Jetzt der linke. Er ist mein Bruder. Er ist der Renegade Raider. Der rechte ist Aerial Assault Trooper. Und der in der Mitte war No-Skin. Er wurde zu Aerial. Alter, wo bringen die ihn überhaupt hin? Ey, das sieht richtig gefährlich aus, Freunde. Die bringen ihn gerade irgendwo hin. Ich sag euch ehrlich. Ähm. Ich verstecke mich jetzt hier ein bisschen. Ich sag euch ehrlich. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da vorne sind die grad. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt mit denen. Ich muss hier echt krass aufpassen, dass die mich nicht sehen. Weil ihr müsst euch vorstellen. Wenn die mich sehen, dann ist komplett vorbei. Dann ist alles aufgeflogen. Ich muss ihn jetzt retten, Digga. Mein Aerial von den OG-Skins, Mann. Digga, das kann gar nicht sein, Mann. Solche Ehrenlosen, Digga. Schaut mal. Der Lager braucht mal! Der Lager! Freunde, die bringen ihn grad zu deren Lager. Das ist ganz gefährlich. Oh mein Gott. Was ist das, Mann? Das Ding ist so. Das könnten auch so richtig behinderte Kinder sein, die das grad machen. Was, was die grad machen. Das ist so ehrenlos, Digga. Schaut mal, was die machen. Ich sag euch ehrlich. Ich weiß grad ehrlich nicht, was ich machen soll. Ich muss jetzt einen kleinen Plan entwickeln. Wie ich das Ganze jetzt mache. Die schlagen hier gegen irgendwelche Sachen. Die sind komplett verrückt geworden. Und ich sag euch ehrlich. Da vorne. Da wird grad auch fast gequält. Schaut mal, was passiert mit ihm. Was ist das? Oh! Oh! Los! Er ist Essen gegangen. Da! Wo ist der Handführer? Er ist in der Nähe. Ich rieche ihn. Wo genau? Er ist da, bestimmt. Er ist irgendwo da. Okay, bleibs jetzt hier. Ich muss mich überstellen. Ich bin gar nicht für das hier. Okay, Freunde. Das Ding ist... Das Ding ist, Freunde, die sind einfach abgehauen. Die sind da vorne. Die sind abgehauen. Aber ich glaub einer kommt von denen grad zurück. Nein, Digga. Oh mein Gott. Ich muss mich hinter diesen Baum verstecken. Da blitzen jetzt! Das Ding ist, ich könnte jetzt versuchen, die zu überraschen. Sag jetzt hier in der Nähe. Anführer, wo bist du? Freunde, ich sag euch. Ey, ich hab jetzt das Gefühl. Ich müsste jetzt ehrlich was machen. Der eine ist komplett weg. Ach, du gebunden! Anführer! Anführer! Anführer, bist du hier? Anführer! 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 Und wo ist der? Der ist nicht hier, der ist hier. Er ist in der Nähe. Wo ist der? Ja, ich hatte recht. Er ist wirklich hier in der Nähe. Fuck! Ich bin... Ich bin messen gefallen. Scheiße! Der Anführer hat hier eine Falle gestellt. Wir müssen hier angehen. Ach! Was ist das? Nein! Gib mir das war geschuld! Ich sterbe! Das war geschuld! Ich sterbe! Scheiße! Nein, nein! Gib mir das Holz! Scheiße! Das war geschuld! Nein, hier eine Falle! Das war mir in meinem Bauch! Nein! Oh! Was ist das? Nicht gut! Nicht gut! Er hat eine Falle gestellt. Er hat eine Falle gestellt! Er hat eine Falle gestellt! Scheiße! Mach! Geht dir gut! Okay, Freunde! Huh! Okay, Freunde! Das Ding ist, die sehen mich grad nicht und die gehen grad in ihr Lager. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, wo ich jetzt meinen Aerial Assault Trooper mitnehme und mit ihm wegrenne. Komm, komm! Randy! Randy! Hier, Bro! Alles okay? Komm! 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 Schau mal! Die sehen uns! Renn! Renn! Die sehen uns! Renn! Renn! Komm! Renn! Wir müssen es schaffen! Die töten uns noch, ey! Komm, da vorne sind die. Da vorne sind die. Renn, renn, renn! Ich hab der Führer! Nimm Kamera! Nein, ich hab der Führer! Ich hab der Führer! Hol ihn, hol ihn! Hol ihn! Nein, die haben ihn! Renn, such ihn! Die haben ihn! Nein, die werden den OG, Boss! Nein, Leute, ich muss ihn befreien! Er hat mich befreit und jetzt muss ich ihn wieder befreien. Ich muss mich ranschleichen. Ich muss ihn jetzt helfen, aber nein. Ich muss warten, bis er allein ist. Ah! 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 Stopp! 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 Ah! Stopp! Stopp! Ich muss noch nicht was da halten! Mach! 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 Ich bin nicht der OGIS-Gradführer! Was? Du hast den als Hügel! Du hast den als Hügel plass. Warte, ey, ey, warte! Hey! Hey! Eh! Ah! Äh! Mach mit! Mach mit! Ey! nadie! Okay! Ich sag euch ehrlich, die hat mich fast um ein Haar ge... Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich hab noch meine OG-Skin-Seele rausgetan. Ihr habt dann so gemacht. So. Ihr habt dann so den hier gemacht. Huch. Ich hab nicht geweint. Ich hab nicht geweint. Es war nur so... Das war so dieses Liebes-Ding. Weißt du, was ich meine? Die kommen immer näher. Schnell. Versteck ihn einfach. Muster, Mann! Was? Lass uns hier verstecken. Lass uns hier verstecken. Komm, kipp her. Freunde, wir verstecken uns jetzt hier. Wir verstecken uns jetzt hier. Such, du Gott! Ich such deinen, okay? Wir müssen zusammen sein. Okay, Freunde. Die haben uns jetzt nicht mehr. Wir haben es Gott sei Dank geschafft. Die suchen uns noch. Bro, wir müssen jetzt abhauen, okay? Ja, klar. Hast du verstanden? Komm her. Komm her. Wir müssen jetzt echt weghauen. Freunde, wir gehen jetzt weg. Auf jeden Fall, ich glaub, in diesen Wald werde ich nie wiederkommen. Dieser OG-Skins-Wald ist viel zu gefährlich. Ich sag euch ehrlich, ich hab gar keine Lust mehr. Ich küss eure Herzen, falls ihr euch das Video bis hier angeschaut habt. Abonniert diesen Kanal, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Das wird mich auch todes unterstützen. Bald haben wir die 300.000 Abonnenten. Ich küss euer Herz. Und wenn ihr wirklich Bock auf diese Videos habt, dann chartet immer rein. Ich hab so Bock, solche Real-Life-Videos durchzustarten. Ich weiß, die sind viel zu krass, ne? Ich sag euch ehrlich, die sind viel zu cringe auch in manchen Momenten. Aber, Digga, das macht einfach so todes Spaß. Und ich küss eure Herzen. Bis morgen im nächsten Video. Sag was. Bro. Ciao, Bro. Ehe, ey, du, Digga. Geh, muh, 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 muh. Scheisse, oh. Scheiße!